ARD Text im Auftrag von Funk Ihr habt euch aber mächtig Zeit gelassen Ja, mit diesem Schnee da muss man unter den Stapfen und kalt auch Ja, kalt, das haben wir mitbekommen Schaut es aus, Feindbewegungen Nein, heute war es relativ ruhig In letzter Zeit haben wir aber immer wieder kleine Anschläge vor norwegischen Widerstandskämpfern Aber heute ist es ruhig Ich glaube, heute passiert nichts mehr und dann habe ich's nicht mehr Ich glaube, heute war es nicht mehr Ich glaube, heute war es ein paar Teile Und seit Banzer die Stimmlichen Abschritte? Wir wurden diese Woche zugeteilt. Was war das? Ich dachte, wir lassen ruhig. Das müssen wir nachsehen. Du kannst hier. Sollten wir nicht innerhalb einer Stunde hier sein, ruhig zu verstärken. Jawohl. Sollten wir nicht. Sollten wir nicht. Sollte. Sollt. Fertig. Ja, das war's. Ach bitte! Nein, Herr Schasch! Horst, halte durch, wir kommen! Nein, ich habe ihn! Hat jemand den Schützen gesehen? Nein! Da oben, zwischen den Bäumen! Blockieren! Russ, von links! Anschluss! Halte Midday ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020